Ohli, ohli, da sind wir wieder! Jawohl, da sind wir wieder und an dieser Stelle erst einmal tausend Dank an euch für euer tolles Feedback zu Amandas erstem YouTube-Video. Ja, meine WM-Snacks, meine Kiesbällchen in Fußballform. Ja, sind super angekommen und deshalb, Amanda, hast du dir was einfallen lassen? Ja, es gibt nochmal Snack-Tipps. Jawohl, Amanda hat einen neuen Snack-Tipp für euren perfekten Fußballabend und ich zeige das schon mal hier in die Kamera, Amanda. Ja, leckere Spießchen. Einmal leckere Spießchen, herzhafte Spießchen und Amanda hat da noch was vorbereitet. Ja, das ist noch leckerer, lecker, 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 lecker. Etwas ganz Leckeres im Gläschen und wie man das macht. Ja, das zeigen wir euch jetzt in einem kurzen Video. Bitteschön, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ja, wirklich ganz einfach nachzumachen, probiert es doch einfach mal aus und dann passt es zu dem perfekten Fußballabend prima dazu. Jetzt erstmal viel Spaß beim Nachmachen und ja, bis bald. Bis bald, Uli, Uli, Uli.